Kulturstaatssekretär Schellenberger eröffnete am 21. März eine neue Ausstellung im Bauhaus Dessau. Die Exposition widmet sich dem Leben und Werk des Architekten Karl Fieger, der als enger Mitarbeiter von Gropius an zahlreichen Gebäuden des modernen Bauens beteiligt war und auch eigene Entwürfe realisieren konnte. So gehen aktuelle Standards im Baugewerbe auch auf seine Anregungen und Ideen zurück, die er in den 1920er und 1930er Jahren formulierte. Die Ausstellung wird bis zum 31. Oktober zu sehen sein und kann täglich zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden.